Das war mein erstes Mastertreffen. Ich bin überrascht über die Anzahl der Gedankengänge. Ich bin über Themen, die waren, also ein Thema und dennoch über andere Themen zu vielen Anregungen gekommen. Ich sage danke dafür, dass ich hier wieder leben durfte, was das Institut ausmacht, dass man es schnell ankoppeln kann. Herzlich Willkommen zu eineinhalb Tagen Mastertreffen unter dem Thema Innovation. Parallel zu diesen Masterworking Sessions über den ganzen Prozess grün im Nebenraum habt ihr wahrscheinlich schon gesehen eine große Graffiti-Band. Hier ist unheimlich viel passiert und das ist für mich auch ungewöhnlich bei ISB, sonst klappt die Rahmung immer irgendwie so, dass das nicht so auffällt. Aber ich mag es eigentlich am liebsten, wenn was passiert. Und egal was und auch egal wie es ausgeht oder wie wir das lösen, das finde ich spannend, weil das ist das, was mit unserem Alltag ja auch zu tun hat. Das ist die Situation, in der wir uns bewegen tagtäglich. Und das hier ist so ein bisschen laborartig dann, wo wir mal uns selber beobachten können, die anderen beobachten können, hinterher nochmal, ob verspannt oder wie auch immer erleichtert, belastet, hier rausgehen. Auf jeden Fall macht es etwas mit uns und das ist für mich Erfolg. Also das nehme ich mit als positives Ergebnis von hier. Ich finde, das war ein großer Lernprozess für mich, nochmal zu sehen, was passiert, wenn wir Zeit reduzieren und was dabei so entsteht im Raum. Und ich finde, das kann man gut nutzen auch für seine eigene Arbeit. Ich bin der Meinung, Veränderung braucht Sicherheit und eine gute Rahmung, damit sie wirklich nachhaltig sein kann. Aber es war auch sehr interessant zu sehen, was unter Zeitung entstehen kann. Also da waren schon sehr viele kreative Dinge bei. Und was ich auch toll finde, wirklich toll, ist, dass wir so geprägt sind von ISB, wenn es dann ein paar Leute etwas weniger gut geht, dass wir sagen, okay, sollen wir das nochmal zum Thema machen, weil wir verpassen jetzt die Möglichkeit, eine Abschlussrunde am Tag eins, eine Einstiegsrunde haben wir nicht, da ist etwas. Und dass dann auch die Moderatoren die Flexibilität haben, dass sie, ah ja, das wäre dann doch wichtig. Und ich bin da stolz, dass wir so geprägt sind und nicht dann in Erledigungsmodus doch weitermachen. Ab Abba das Genossen würde ich mit den Menschen wieder in Kontakt zu kommen, Freude kennenzulernen und mich auszutauschen. Das ist so das, was mich immer herlockt. Und ich merke so, ich bin da ein klassischer Ich-Du. Ja, das Thema ist mir eigentlich ziemlich scheißegal, hauptsache ich treffe die Menschen und kann mich mit denen beschäftigen und auseinandersetzen. Das habe ich wieder so bestätigt bekommen. Ich möchte mich auch bedanken für die viele, ja, anregende Interaktionen. Ja, ich fühle mich mal wieder inspiriert. Genau, das Thema Entschleunigung würde ich auch nochmal gerne aufgreifen. Für mich gehört das auch nicht zur ESB-Kultur, ein Ort der Ruhe in einer Welt des Chaos. Und ich habe das Gefühl, dass die ganzen Wellen jetzt, wo ich meine Insel der Ruhe, drüber schlagen. Von daher wünsche ich mir das auch fürs nächste Mal, eher Entschleunigung, Zeit geben und Raum geben. Ich fand, ich habe das toll gemacht und vielen Dank dafür. Und was ich auch sehr genossen habe, war die Gespräche am Rande, wo ich mir ja wieder neue Kontakte und neue Ideen eingesammelt habe. Also von daher vielen Dank. Also das Thema Zeitmanagement, was macht das mit uns und in dieser ESB-Kultur ist, denke ich, für mich auch eins, was ich mitnehme. Ich nehme aber auch ganz, ganz viel wertschätzendes mit. Zuerst mal ganz viel tollen Input, den Austausch mit euch, die Diskussionen, diese ganz vielen verschiedenen Perspektiven, ob negativ oder positiv reflektiert. Alles egal, ich nehme es mit als Schatz. Und das ist hier, glaube ich, auch für mich so die Essenz, dass hier immer wieder ganz viel auch verdichtet wird und ins Gespräch kommt und angesprochen wird. Und wir kritisch beleuchten und uns hinterfragen und uns mit neuen Sachen auseinandersetzen. Ich möchte euch allen danken, dass ihr das auch ausgehalten habt, ein Thema anzugehen, für das, was glaube ich, noch nicht rund ist und was auch nicht rund sein kann in diesem Fall und auch im ESB-Kontext gerade noch nicht rund sein kann und was insofern auch ein Stück weit disruptiv war. Ich bin selber erstaunt, wenn ich gucke, was dann alles entstanden ist, weil das war doch auch viel. Und es hat Spaß gemacht. Es hat schon Spaß gemacht, hier die Veranstaltung für euch vorzubereiten, sie zu moderieren. Ja, und ich freue mich, dass ihr dabei wart und wünsche euch allen auch noch eine gute Fahrt nach Hause. Das war wirklich klasse und ich finde es immer toll, dass wir da so in dem offenen Kreis auch dann auch Dinge ansprechen können, die vielleicht einfach dem einen oder anderen jetzt gerade fehlen. Und das möchte ich gerne so weitermachen und nochmal danke an euch und wünsche euch alle eine gute Zeit, kommt gut nach Hause und kommt auch wieder irgendwann mal hoffentlich wieder so in dem Kreis zusammen. Und ich darf hoffentlich teilhaben wieder. Und in diesem Sinne, macht es gut. Herzlichen Dank euch allen. Vielen Dank.